Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und im Livestream. Wir beraten hier erstmalig über den Antrag der FDP oder eigentlich über die Umsetzung der Studie, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Auftrag gegeben hat. Leider ist uns der Antrag der zugrunde liegenden Studie erst gestern zur Verfügung gestellt worden, beziehungsweise die Studie ist uns zur Verfügung gestellt worden. Dementsprechend kann und möchte ich hier diese Studie noch nicht bewerten. Wir haben die noch nicht abschließend ausgewertet. Um das gründlich zu tun, brauchen wir gerne mal einen Tag länger als anderthalb Tage. Dafür ist die Studie einfach zu komplex. Was ich hier allerdings kann, ist, den Antrag durchaus wohlwollend zu begleiten. Es wird schließlich sehr deutlich, dass die monetären Abläufe in der Eingliederungshilfe dringend anders gestaltet werden müssen. Da sind wir uns auch, glaube ich, ziemlich einig über die Fraktionsgrenzen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass in dem Antrag selbst ein kleiner Teil deutlich zu kurz kommt. Und zwar, was bedeutet die Umsetzung dieser Studie für die eigentlich betroffenen Menschen? Zurzeit ist es ja so, dass seit Jahren die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderung um ungefähr ein Drittel geringer ist als bei den Menschen ohne Behinderung. Und die Rechte von Menschen mit Behinderung sind im Leistungsverfahren, mal vorsichtig formuliert, sehr suboptimal dargestellt. Das muss dringend geändert werden, keine Frage. Auch das Spannungsfeld der Pflegeversicherung zur stationären Eingliederungshilfe wird da immer größer. Glücklicherweise leben ja auch Menschen mit Behinderung immer länger. Medizinischer Fortschritt allerdings auch, und das ist hier auch ein bisschen zu kurz gekommen, gleiten immer mehr Menschen in dem Bereich, die vorher durch die Soziallhilfe betreut worden sind an der Stelle. Es besteht hier also dringender Handlungsbedarf. Das darf durch eine Neuordnung der Finanzierung der Eingliederungshilfe nicht in den Hintergrund geraten, dass es hierbei um diese Menschen geht, nicht hauptsächlich um die Neugestaltung der Finanzen. Die Neugestaltung der Finanzen muss den Menschen an der Stelle helfen. Und eine entsprechende gleichstellende Gesetzgebung, bei uns wäre das ja ein Bundesleistungsgesetz, wie es angedacht ist im Koalitionsvertrag in Berlin, wird ja auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention gefordert. Dass das noch ein bisschen dauert, ist zwar schade, aber wenn man das ordentlich machen will, denke ich, werden wir darauf warten müssen. Hier jetzt Schnellschüsse zu produzieren, halte ich nicht für sinnvoll. Trotz allem habe ich ja eben hier schon Signale empfangen, dass es etwas unbürokratisch schneller gehen könnte, als wir es vermuten und vielleicht auch, als das dauert, bis ein komplettes Bundesleistungsgesetz vorliegt. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn wir wirklich zügig im Ausschuss darüber beraten können, wie wir das hier sehr, sehr viel schneller hinkriegen können. Und in dem Zusammenhang freue ich mich dann einfach mal auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.